I think I'm movin' away Pröstlich. Hey, meine Frösche. Ich koch heute irgendwas schönes. Dann machen wir vier Freifrauen und uns einen schönen Abend. Wie das mit Patty gehen soll? Ich mach ein Praktikum bei einem Spitzenkoch. Aber erst machst du die Schule zu Ende. Ich will aber nicht mehr in die Schule, ich will Köchin werden. Ich stell mich nachher nicht in dieses Ding. Richtig schöner Frauenabend. Seit Papa tot ist, läuft doch hier nix mehr. War schon mal besser. Ich setze Papas Soße und ich geb dir genug, damit deine Kinder eine anständige Ausbildung bekommen. Du bist doch meine Schwester. Wo ist Mama? Los, ab nach Hause. Die Ärztin, die will, dass ich in die Kur gehe. Ich kann euch doch nicht allein lassen. Ich pass auf. Die Kleinen sind ja auch nicht mehr so klein. Wer ist dafür, dass Mama in die Kur macht? Ich hab euch lieb meine Frösche. Lasst nicht auf! Wir machen uns jetzt erstmal was zu essen. Dauerfrage, wo ist Patty? Guck mal, wir suchen einen Betreiber für das neue Stadion-Catering. Habt ihr etwa die großartige Idee, die Bude selber auch zu machen? Wie? Spinnst du? Aber die Mehrheit vom Vorstand ist nun einfach dafür, dass hier ein Wettbewerb stattfindet. Die Soße? Die hast du doch. Na klar. Wir müssen tun etwas für Gesamtsituation. Ich mach mal die Frütöse. Muss ich noch reparieren. Geil. Wird schon gehen. Ihr Nichtlassern hängen im Kopf. Meine Güte. Ach und Sie sind? Oma von Mädchen. Oma von Mädchen, ne? Ich am liebsten dir Bude hauen um die Ohren. Da musst du aufpassen auf kleine Schwestern. Ich will den Wurstverkauf im Stadion gewinnen. Liefer du mir Papa Soße oder mach mal halbe, halbe? Da träumst du von. Hallo Mama. Wie geht's dir? Bei uns ist alles super. Alles prima. Alles panetti. Alles super. 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 Super.